Hallo Leute, willkommen zurück bei SEBATECH, eurem Kanal über Hardware Gaming und alles, was dazu gehört. Heute baue ich wieder einen neuen PC zusammen und ich möchte euch mal das Setup zu dem Projekt Tiger Claw vorstellen. Als Case, als Gehäuse verwende ich ein Gehäuse von BeQuiet, das Pure Base 500dx. Ein sehr schönes Gehäuse, weil es eben für BeQuiet untypisch eine RGB-Beleuchtung in der Front hat. Sonst für BeQuiet typisch wiederum sehr gute Staubfilter und qualitativ hochwertige Kabelmanagementmöglichkeiten hier anbietet. Also dieses Case wird schön aufgeräumt sein, wird richtig gute Lüfter, einen richtig guten Airflow haben und eine geringe Wartung zumindest euch ermöglichen. Als Mainboard verbaue ich das Aorus Pro Mainboard, also ein B450 Mainboard. Bedeutet, dass hier auch wieder ein AMD Prozessor im Spiel ist. Das Mainboard bietet einfach auch, ja sieht einfach sehr schön aus, hat eine nette kleine RGB-Beleuchtung, bietet sämtliche Anschlüsse, die man benötigt und ist einfach ein grundsolides Mainboard, das ich hier an dieser Stelle unengeschränkt empfehlen kann. Kommen wir zum Prozessor. Also wie gesagt, AMD Ryzen 5 3600 wird hier der Prozessor sein. Ein Prozessor, der grundsolide ist und einfach auch für Gaming richtig gut geeignet ist. Speziell für dieses Setup, was ich vorhabe. Das Netzteil wird ein Netzteil von Gigabyte sein. Gigabyte passt dann denke ich auch ganz gut zu dem Aorus Mainboard. Für die Leute, die es nicht wissen, Aorus ist eben ein Tochterunternehmen von Gigabyte und ich denke, das passt hier an dieser Stelle sehr gut. Kommen wir zum Arbeitsspeicher verbaut werden. Crucial Ballistics, 16 Gigabyte Arbeitsspeicher. Sehr gute Arbeitsspeicher, die auch wirklich eine schöne RGB-Beleuchtung haben. Und 16 Gigabyte sind hier ausreichend für mein Setup, was ich früher vorhabe. Also sind wirklich perfekt geeignet für Gaming. Gaming und Streaming ist an dieser Stelle nicht so ideal. Also da würde man dann hier an dieser Stelle 32 Gigabyte RAM eher nutzen, wenn man dann einfach viele Prozesse, viele Programme gleichzeitig offen hat. Aber hier für Leute, die einfach nur gamen wollen und einfach nur Spaß beim Spielen und einfach eine Anwendung am PC haben, 16 Gigabyte völlig, völlig ausreichend zurzeit. Kommen wir zu den Festplatten. Verbaut werden hier einmal 500 Gigabyte SSD von SanDisk. Also der Schnelle Arbeitsspeicher, auf denen sich dann auch das Betriebssystem befindet. Für schnelle Anwendungen und dergleichen. Spiele oder Programme, auf die man schnell Zugriff haben will, dafür sehr gut geeignet. Und als zusätzlicher Datenspeicher, weil 500 Gigabyte ich sonst ein bisschen wenig finde, ist ein Terabyte HDD. Also ein klassischer mechanische Speicherplatte, die einfach viel Speicherraum gibt für Bilder, für alle möglichen Dateien, Videos, Musik, auf die man nur temporär zugreift und das quasi als Datenspeicher benutzen kann oder auch Dokumente oder dergleichen. Kommen wir mal kurz zur Kühlung vom Prozessor. Hier verwende ich den Mirage 5 Lüfter. Ihr seht, das ist ein schöner Boxlüfter. Sonst habe ich ja immer Wasserkühlung, also All-in-One Wasserkühlung verwendet. Diesmal hier eine Luftkühlung. Ist einfach hier wesentlich günstiger und hat den Vorteil, dass diese Lüftung halt auch eine sehr schöne RGB-Beleuchtung hat. Es passt gut in das Case rein und hat einfach auch eine sehr gute Leistung. Untypisch ist hier, dass das Ganze so eine runde Form hat. Dadurch wirkt es nicht so viereckig, klobig in eurem Case und sieht dann einfach auch als Kühlung richtig schick dann aus. Wie gesagt, ist hier nicht ganz so teuer wie eine All-in-One Wasserkühlung. Aber es ist auch so, dass normalerweise Luftkühlungen effizienter, leiser arbeiten als billigere Wasserkühlungen. Und deswegen dieses Case kombiniert mit Be Quiet wird einfach ein sehr leises Case sein, sodass ihr beim Gaming kaum störende Geräusche nebenbei haben werdet. Und nun kommen wir zum wichtigsten, zur Grafikkarte. Ihr seht sie vorne in der Front. Hier haben wir eine RTX 2080. Eine wirklich richtig, richtig gute Grafikkarte. Ich würde sagen, die erste Nvidia Grafikkarte, die auch wirklich gut Raytracing ermöglicht hat. Es gibt ja dann auch noch die RTX 60er Serien und die RTX 2070er Serien. Finde ich allerdings hier für Raytracing die Karten nicht so geeignet, weil sie einfach nicht genug Power dafür letztendlich bieten. Hier die RTX 2080 mit ihren 8 GB Video RAM bietet einfach hier sehr viele Möglichkeiten, einfach auch für Gaming. Und da es ein ähnliches Leistungsniveau hat wie die aktuellen Next-Gen Konsolen, denke ich, dass hier auch eine gewisse Sicherheit für die nächsten kommenden Spiele besteht. Und ihr hier im Bereich von WQHD, Full HD einfach auch richtig gute Gaming-Qualität weiterhin genießen könnt auf lange Sicht. Okay, das wird das Case sein. Ich werde es in den nächsten Videos dann für euch zusammenbauen. Wie gesagt, dieses Case wird in seiner Leistung nicht unbedingt so high-end mäßig sein wie zum Beispiel Snow White, was quasi das andere Ende war, wo es wirklich extrem war. Aber dafür wird das hier wesentlich kostengünstiger sein und richtet sich eher an Gamer, die nicht so viel Geld für ein Gaming-WC ausgeben wollen, aber zukünftig auch dafür richtig gut gerüstet sein wollen, wiederum. Also hier dieses Case für euch. Ich hoffe, ihr guckt die anderen Videos. Ich hoffe, es gefällt euch. Gerne Anregungen, Wünsche in den Kommentaren, gerne posten. Ich lese alles. Und ja, in diesem Sinne, guckt gerne die anderen Videos. Wenn ihr wollt, lasst gerne ein Abo da. Euer Sebastian. Macht's gut. Ciao.